So hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin's euer Daudi Nato und ich darf euch super herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge Death Stranding hier auf meinem wunderschönen Channelchen. Wir transportieren gerade eine Anti-Materie-Bombe Richtung Not-City. Mountain Not-City. So müssen wir glaube ich noch ein Stockwerk höher. Und ja die Anti-Materie-Bombe die nervt mich jetzt langsam. Wenn die Erschütterung abkriegt dann ja Prost Mahlzeit. Jetzt erstmal Monster Energy. Ich wette kurz vorm Ziel explodiert sie bei mir. Das ist ja hundertprozentig. Oh 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 oh. Bro, bro, bro! Ganz chillig. Was ist denn das? Das sieht aus wie ein Bridges-Verteilzentrum. Mount North City. Ich hab's gefunden. Population bitte. Menschen leben hier. Keine Menschen leben hier. Ah. Das ist der Matsch im Boden. Eigentlich recht schön hier oben. Also ganz ehrlich, hier könnte ich mir auch ein Hütchen vorstellen. Anzug wird ekontaminiert. Abgeschlossen. Bild. So, haben wir das auch erreicht. Wuhuuu. Wollten wir ja locker noch in der letzten Folge noch. Schweinerei, Mann. Brutus, was glaubst du, was du da machst? Das Netz, das du da aufbaust, transportiert viele schlimme Sachen. Sachen, die keiner in seiner Nähe haben will. Ich dachte, das hättet ihr mittlerweile begriffen. Euer Chirabes-Netzwerk oder die UCA interessieren uns nicht. Diese Stämme. Hörst du das, Mama? Ja, hast du dir den Kopf angehauen, Mama? Deine bin ich ganz bestimmt nicht. Ist das klar? Na schon. Genug der Spielchen, Mama. Der Herr hat mich wohl nicht verstanden. Mountain Not City sagt dir und den UCA, dass ihr abhauen sollt. Wenn ihr weitermacht mit dem, was ihr tut, steuert wir direkt auf den nächsten gestrandeten Tod zu. Wir haben euch nicht hergebeten, um unser Leben zu diktieren. Das ist die Schwester und Mutter. Du sollst uns nur ab und an was liefern. Mehr nicht. Also sprichst du für die Stadt? Genau. Ich hab hier das Sagen. Mein Name ist Lockner. Warte, ich... Ich muss mit dir reden. Du bist deine Technikerin, oder? Hey, geh nach Hause und komm nicht wieder. Nö, mir zu, verdammt. Ich brauche deine Hilfe. Aber wir wollen deine nicht, Bridges. Ihr macht alles bloß noch schlimmer. Ja, dann kann man nur noch eins machen. Dann muss man sich sanktionieren. Dachte ich. Kriegen sie halt keine Lieferung, ne? Und jetzt? Sam, Lockner ist Mamas Zwillingsschwester. Ehemals Bridges 1 ist mit den anderen nach Westen gegangen. Zweite Gruppe. Genau wie Mama. Natürlich heißt sie nicht wirklich so, sondern Morlingham. Beide haben Dooms und sind wissenschaftliche Genies. Mamas Fachgebiet ist vor allem die angewandte Physik. Lockner ist die theoretische. Mama hat die Cupid-Hardware entworfen. Lockner die Software. Sie sagten, sie könnten über jede Entfernung kommunizieren. Angeblich aufgrund einer besonderen Verbindung. Keine Ahnung, wie das gehen soll, aber ich sage dir eins. Ohne sie gäbe es heute kein chirales Netzwerk. Sie waren sich so nah, dass manche sagten, sie seien wie eine Person in zwei Körpern. Vielleicht konnten sie den Cupid deshalb entwickeln. Aber nach Morlinghans Unfall haben sie sich überworfen. Lockner hat Bridges verlassen und den Kontakt zu uns abgebrochen. Keine Ahnung, was zwischen ihnen war. Aber wenn wir Lockner nicht umstimmen, können wir unsere Rettungspläne für Amerika begraben. Nicht, dass ich wollte, dass du in ihrem Privatleben herumschnüffelst. Andererseits finden wir so viel leicht heraus, wie wir Lockner umstimmen. Was super wäre, denn ohne sie können wir unsere Rettungspläne für Amerika begraben. Falls dir in der Zwischenzeit irgendetwas einfällt, kannst du es gerne probieren. Gute Arbeit. Hm. Ah, automatisches Straßenbaugebiet. Ja, wie kann man die alte jetzt umstimmen und lösen? Das sieht ja lecker aus. Kann man da reinlaufen? Bring dich schon. Das sieht nicht aus. Warte mal kurz, wir haben doch noch eine Mail von Mama gekriegt oder sowas. Ja, ja, will das dir wohl, man. Was? Jetzt darf ich den ganzen scheiß fucking Weg zurück, oder was? Nicht euer fucking Ernst. Abgeschlossen. Willkommen, Sam Porter Bridges. Einsatz von Warten ist verboten. Einsatz von Warten ist verboten. Oh, nö. Das heißt, ich darf bis nach South North City zurück. Scan wird geschnackt. Eine angenehme Reise. Oh nein, jetzt darf ich die ganze scheiße zurücklaufen. Nur weil die so Bock drauf haben, oder was? Oh, ihr seid doch die letzten Mongos. Also die Straße verläuft in dem Fall doch hier unten lang. Dahin. Dann dahin. 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 Das heißt, ich darf hier hinlaufen. Okay, dann gehen wir mal. Das bleibt dir hier nichts anderes übrig. Oh, man. 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 Was ist das? Wir laufen noch in die richtige Richtung, ja, ja, das sieht eigentlich recht gut aus, ein bisschen hier hin zu den Autos und dann das schon Was ist das, was ist das? 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 Du bist das? Du bist ein Vollidiot! Diese Leiter genau zu treffen ist absolut schwer, Mann! Was ist das? 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 Oh! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Gute Idee, ich nehme einfach mal einen Speeder. Perfekt. Perfekt, das ist okay. Das ist so geil. Geil, Mann. Geil, Mann. Geil, Mann. Geil, Mann. Geil, Mann. Geil, Mann. So, Bitches, ich habe da noch ein bisschen verlorene Fracht für euch im Mongos. Und dann muss ich ganz viele andere Dinge tun. Nein. Wir schätzen deine Hilfe echt sehr. Ich hoffe, du weißt das. Das ist mal die letzte Quest ever, ey. Okay. Genau. Schick mein Bot los. Ah, das ist eigentlich nur gut. 25 Prozent. Oh, sorry. So, was haben wir da? Noch wie Käse auf dem Rücken, dass wir da irgendwie recyceln können oder sowas? Recyceln. Ja, genau. Metalle. Keramik und so. Eigentlich brauchst du die Materialien wirklich nur zum Straßen bauen und zum Gegenstände herstellen. Für mehr brauchst du die Materialien. Vielen Dank für die Unterstützung. Selbst Blutgranaten kriegst du ja letztes Mal zugesteckt, ne? So. Gehen wir in den privaten Raum. Und nehmen, äh, Fragiles Teleporter. Ich hab mir echt keinen Bock da wirklich in den Arsch abzubuchten. Go, Sam! Guten Morgen, Sam. Blutabnahme abgeschlossen. Danke für deine Großzügigkeit. Fragilesprung. So, wo müssen wir denn hin? Capital Not City. Nein. Wohl, da könnten wir eigentlich auch irgendwann mal wieder mal just for fun hin. Lake Not City. Südliches Verteilerzentrum. Ja. Bereit für den Sprung? Oh. Also, das einzige, was du mitnehmen kannst, bist du selbst. Und vielleicht noch ein paar Kleinigkeiten, die dir viel bedeuten. Okay. Schließ deine Augen. Stell dir das Ziel vor. Halt das Bild fest. Die letzte Folge für heute, dann gehe ich pennen, ey. Juhu, es geht weiter. Im Prinzip müssen wir uns überall mal so ein Standard-Kunst-Set jetzt eben zusammen... Ja. Wir sind ja jetzt hier in South North City. Jetzt mal ans Terminal kurz. Können wir die E-Mails checken. Sagen, dann gehen wir gleich mal raus. Jetzt haben wir nämlich nichts mehr. Und jetzt, äh, bastel ich mir grad mal ne kleine Grundausstattung. Oh, oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Sorry, alles recht gut. Wurde vom Regen überrascht. Ups. Ich wollte dich nicht abduschen. Ich wollte warten, aber dann sah ich auf die Uhr. Sorry. Ich hätte eher kommen sollen. Ich habe Regen in den Augen. Gib mir eine Minute. Cool. Richtig. So, jetzt können wir... Ach so, stimmt. Tschau wieder. Ich will keine Pizza an den liefern. Wir müssen jetzt zur Mutter auf jeden Fall. So, und wir können dann im Prinzip so Ausrüstung herstellen. Eben so Standardleiter, zwei Kletterhaken, TCK Stufe 2, einer. Da, Blutbeutel können wir mal drei mitnehmen. Dann Stiefel, Stufe 2 würde ich mal noch ein Set mitnehmen. Kraftskelett, Stufe 3, eins. Panzerplatte nicht unbedingt. Bolagern, Stufe 2. Anti-GD-Handfeuerwaffe. Ist auch nicht schlecht. Haftwaffe, eine. Dann können wir immer noch nicht-tödliches Sturmgewehr, eine. Hier. Dann Rücken tragen. So, bestätigen. Das, was ihr jetzt halt nicht habt, sind Granaten. Aber ich denke mal, da habe ich auch welche im Spind, oder? Garantiert. Ne, Blutbeutel habe ich zum Beispiel. Aber ist ja auch egal. So, Garage bitte. Ich bräuchte mal einen kurzen Speeder. Ah, kein Truck. Fuck. Jawohl, so. Wir machen das jetzt noch schnell. In dieser Folge. Nein, das war ich will, nein. Ach, kacke. So, wir müssen zum Mutti fahren. Außer, ich habe mich natürlich wieder verarschen lassen. Außer, ich habe mich natürlich wieder verarschen lassen. Alter. Das ist doch so lächerlich. Jetzt mal ganz ehrlich. Das Fahrzeugsteuerung ist echt das Lächerslichste in diesem ganzen Game. Oh, das läuft sogar direkt. No vehicles allowed. Läuft sogar direkt. Dorthin. Hey Sam. Danke, dass du da bist. Ich habe da was für dich. Das sind deine neuen Handschellen. Sie fungieren weiterhin als Terminal, aber dienen jetzt auch als Waffe. Nach der letzten Verbindung konnte ich alles von Grund auf neu gestalten. Sie sind jetzt noch Waffen? Genau. Strangschneider. Ich erklär's dir. GDs sind über Nabelschnüre mit der anderen Seite verbunden, richtig? Wenn diese Schnüre die Materie unserer Welt mit der Antimaterie ihrer Welt in Kontakt bringen? Boom. Leere Sturz. Aber... Wie Deadman schon annahm, hat dein Blut einzigartige Eigenschaften. Damit kann man GD-Schnüre durchtrennen. Diese Funktion habe ich eingebaut. Durchtrennst du die Schnur eines GDs, kehrt es in die Welt der Toten zurück. Kein GD, kein Leere Sturz. Alle gewinnen. Damit kann man sie losschneiden? Wenn du unbemerkt nah genug an sie herankommst, ja. Strangschneider super handschön. Gut. Probieren wir sie aus. Schneid die Schnur zwischen uns durch. Sie schläft tief und fest. Ich habe ihr viel Milch gegeben. Du... Tu's einfach. Bitte, Sam. Bitte befreie uns. Dies war nie ihre Welt, aber... Ich wollte sie auch nicht gehen lassen. Obwohl sie bereits verloren ist. Die Wahrheit ist, eigentlich ist sie nicht meine Tochter. Der Angriff und so, war das alles gelogen? Nein. Der Teil stimmt. Meine Eierstücke produzieren keine Eier und Lockner hat Probleme mit der Gebärmutter. Kurz gesagt, wir können beide keine Kinder kriegen. Für mich war das okay. Für mich war das okay. Ich dachte mir... Kinder? Wer braucht die schon? Aber... Meine Schwester sah das anders. Lockner wollte ein Kind. Jemanden, der ihre Gene in sich hat. Sie verliebte sich in einen Mitarbeiter von Bridges, doch... Er starb bei einem Unfall. Sie war natürlich am Boden zerstört. Und ich auch. Damals... Bei diesen starken Gefühlen... Spürte ich ihre und sie spürte meine. Als ich merkte, dass sie zu ihm wollte... Schluss machen, sagte ich zu ihr... Bekommen wir doch ein Baby. Wir befruchteten ein Ei von Lockner mit seinem eingefrorenen Sperma. Und ich... Ich trug es aus. In mir wuchs ein gesundes Kind. Aber dann... kam der Angriff. Und... Unsere Bindung wurde durchtrennt. Ich wollte es ihr sagen. Aber ich war mit dem Kind verbunden. Ich konnte es... nicht aufgeben. Doch ich lag falsch. Lockner muss es wissen. Manche Bindungen... muss man für andere aufgeben. Man kann sich nicht an alles binden. Wenn wir die Welt verbinden wollen, muss... muss ich mich erst wieder mit meiner Schwester verbinden. Also bitte... Sam... Du es! Du es! Du es! Du es! Du es! Du es! Okay, Sam... Ich bin nicht nach Hause zu Lockner... So, an dieser Stelle machen wir Feierabend Wir sehen uns dann in der nächsten Folge, Leute, haut rein, tschau sind